da ist natürlich erst mal ein umlauf bis die was haben zum oder doch jetzt jetzt passiert da war es 6%, 20% so das wird befördert jetzt scheitert es hier am Vieh also man kann sich an dieser kleinen Insel ja so aufreiben mit irgendwelchem Zeug hier gibt es hier noch was? ach hier ist auch noch ach so es wird schon angefahren das ist aber eigentlich das übelste Umwege das ist ja wahrscheinlich mit dem Zug effizienter zu fahren zumal hier ja auch die landwirtschaftlichen Betriebsmittel nicht ankommen das führt jetzt auch nicht gerade dazu dass hier viel geht an der Stelle ach hier sind die elektrischen Maschinen Säure, Kupfer, Lithium ist alles da ich versuche das einfach mal noch so ein bisschen wahrscheinlich das da mal so ein bisschen hin zu biegen hier auch wenn das natürlich eine ewige Fahrzeit ist den würde ich immer noch hier durchfahren lassen machen wir mal hier die Straße quer durch dann mach es zumindest mal dass das hier passt dann würde ich hier oben über die Brücke fahren lassen da muss leider das Haus hier mal dran glauben das würde eigentlich was ganz anderes jetzt starten als hier das Zeug umzubauen das ist eine 140er was ich jetzt auch gemacht habe ich habe ja Mafia 1 nochmal bei Steam gekauft für 10 Euro also nicht dieses komische Remake sondern das Original da hatte ich auch richtig Bock drauf für einen 10er kannst du eigentlich nicht meckern aber irgendwie ist das aber irgendwie gefühlt ist das irgendwie übelst schwer also ich hänge jetzt bei einer Mission wo man da irgendwelche Leute verprügeln muss im Hinterhof das ist schon, ich glaube als Kind also na gut ähm das Spiel ist wahrscheinlich nicht für Kinder gewesen aber als Kind habe ich glaube ich doch immer irgendwelche Cheats genommen mit unbegrenzter Munition und so hat man bloß blind drauf gehalten vielleicht könnte man sich dann mal Mafia 2 angucken Mafia 1 war schon legendär oder ist schon legendär meiner bescheidenen Meinung nach so hier ist so viel Vieh drin ich würde einfach nochmal ein viertes Vieh Schiff einstellen so dann lasse ich hier hoch auch nochmal fahren mit einem LKW na gut wie gesagt die werden jetzt nicht hier alle aber allerdings allerdings so wirklich einmal im Monat oder im Quartal das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen wobei könnte ich nicht ach da ist der Bahnhof zu klein da müsste ich es zweigleisig ausbauen ich habe mich überlegt bei der Strecke ob ich da nicht einen Zug bauere wobei wie schnell fährt der Mettler Truck Vomax und die Züge hier was können die fahren 100 Vomax 120 naja das ist schon ein Unterschied also die Ersatzzeile kann ich oh jetzt haben wir vierfache Produktion endlich mal hm hm der fährt dort runter na gut dadurch dass die ja geradeaus fahren können ist der schon gewissermaßen eine Abkürzung ach ich nehme einfach jetzt hier auch in oder wobei man kann ja eigentlich mal vergleichen ne was ist wie schnell ich pflanze ja immer mal schnell noch im Gleis dran und dann könnte man ja später immer noch gucken äh was lohnt sich mehr hm 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 Das ist eine Passagierstrecke hier. Das ist eine Passagierstrecke. Oh. Hm. Das ist eine Passagierstrecke. Naja, aber wie wäre es, wenn ich das hier in Longsea Batteriefabrik entlade? Und das dann hinverteile. Das dürfte die Fahrzeit doch schon deutlich kürzen. Als Zwischenhalt. Als Zwischenhalt, als Zwischenhalt. Als Zwischenhalt. Dann brauchen wir jetzt einen Zug. Achso, hier ist die Stelle, wo die sich dann reinteilen. Hier und in beide Richtungen fahren können. Ich glaube, das wird auch auf ewig so bleiben, weil man da sowieso nichts mehr groß umstellen kann. Warum habe ich das hier so gebaut eigentlich? Das geht damit eigentlich auch nicht mehr. Und jetzt. Kamer. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das war nur als Vereinfachung gedacht, dass hier die Routenführung was mache ich denn jetzt hier? Das macht ja noch weniger Sinn. So, genau das bleibt dort frei, damit die sich dort nicht blockieren die Züge. Das gefällt mir auch nicht so wirklich aber naja. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Zug. Landwirtschaftliche Betriebsmittel. Vier. Das ist schon viel, das sind 263 Kisten. 177 Kisten, da würde jeder LKW einmal gefüllt werden können. Problem ist halt wie gesagt, dass da die ganze Dingssache noch nicht so passt. Was macht denn eigentlich das Schiff mit dem, was war das? Wertstoffverpackung? Ne. Betriebsmittel? Ne. Uhhh.